Willkommen, Soldat, an dem Ort, den ich die Rosette des Lebens nenne. Hier sterben Menschen. Ständig und immer und immer wieder. Folgendes Video-Material ist streng geheim. Die Person, die Sie in den folgenden Minuten sehen und hören, scheint es darauf abgesehen zu haben, unsere Schlachtziele zu sabotieren. Sie haben deshalb grüne Pflicht, diese Person zu neutralisieren, wann immer sie Ihnen über den Weg läuft. Willkommen zum großen Sterben, Teil 3. So, jetzt mal bitte direkt wieder die Wetten abgeben hier. Wie sieht es aus? Wie viele Kills hole ich? Wie viele Deaths? Über das Verhältnis brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht zu unterhalten. Das dürfte klar sein. Beziehungsweise, auf welchem Konto denn mehr stehen? Ich denke mal, auf dem Death-Konto stehen mehr Punkte. Und da ist schon Death Nummer 1. Yeah! Geil! Wichser. Ist komisch. Je länger man diese Spiele spielt, desto mehr Kraftausdrücke nutzt man. Also, langsam werden hier die Videos auch nicht mehr jugendfrei. Also, das ist das Spiel ja ohnehin nicht. Aber meine Kommentare sind es mittlerweile auch nicht mehr. Ich mach mal eine auf Rambo mal wieder, ne? Kann ja nicht schaden. Hat da jemand auf mich geschossen oder war da jetzt einfach nur ein Versehen? Oh, verdammt. Hier komm ich gar nicht hoch. So. Im kriechenden Zustand. Auch nicht im springenden. Hier rückt es gerade ein bisschen. Hopp. So. Nachladen, wa? Vergesse ich auch ganz gern. Hopp. Was ist hier los? Hier ruckelt es wie nix. Pua. Das war nicht nett. Freundchen. Ja, irgendwie ruckelt das heute wie Sau. Ich weiß nicht, woran es liegt. Schön ist das auf jeden Fall nicht. Pua. 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 Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Der braucht einen Schuss und ich bin tot. Und ich 20. Und ich bin trotzdem tot. Hm. Moment. Testen wir jetzt hier mal ein bisschen anders das ganze Thema. Pua. 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 Er schießt doch nicht. Das gibt's doch nicht. Super. Das ist echt der Wahnsinn. Nicht mal gesehen habe ich ihn. Aber Rank 40. Das sagt schon alles. Der hat ne Waffe. Die sieht man nicht. Wahrscheinlich sieht man ihn nicht mal. Mann ey. Mann ey. Oha. Das war scheiße knapp. Wir haben defuse die Charge. Over. Ich denke mal jetzt krieg ich sofort eins in die Linse. Okay. Doch nicht. Kommt mir Kugeln geflogen oder was ist das für ein Sound? Und wo schießt denn der Homie jetzt hier? Ist er nicht. Hm. So. Base 1 verloren. Von wo schießt? Ach von da drüben schießt der. Ja gut. Naja. Dann gucken wir mal. Ob das mit dem Verteidigen noch einigermaßen was wird. So. Machen wir hier hin. Weiter. Jaja. Ich bin ja schon zurückgefallen. Umgefallen bin ich auch. Hm. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Kann sein. Ja, super. Da kann man ihn auch nicht treffen, wenn er durch die Gegend rutscht. Mann, Mann, Mann. Dieser Bug. Daran sieht man, ich spiele die Beta. So. Richtig, Richtung, yo, ist die richtige, richtige, richtige. Die kommen bestimmt gleich von hinten. Selbst auf die kurze Distanz geht's nicht ohne Zielen. Äh, selbst mit Zielen geht's wahrscheinlich nicht, aber ohne Zielen eben noch schlechter. War doch gerade jemand, oder? Oh. Hä? Ich... Habe da jetzt nicht gerade auf meinen eigenen Mann geschossen? Da muss ich mir selbst nochmal ein Video angucken. Also, äh, wer hat denn mich da jetzt erschossen? Hm. So, jetzt macht's gleich rums. Und damit haben wir dann auch... ...das nächste Gebiet verloren. Zack. So, was ist denn hier noch jemand? Hup-bar. So, ich fahre mal jetzt eine ganz abgefahrene Taktik, ja? Und zwar... ...erst mal zurücklaufen, ja? Und dann... ... niemand damit rechnet... ...von hinten kommen, ne? So. Wahrscheinlich kommt jetzt aber auch jemand anderes von hinten. Gut. Nummer 1 hat schon mal funktioniert. Nummer 2 auch. Nummer 3... ...leider nicht, aber naja. Schon mal besser als nix. So. So. Wo ist die Action? Hier ist die Action. Hier ist die Action. Oh Gott, das ist die Action. Ups. Ganz so tief wollte ich nicht. Alter, das wäre jetzt auch was gewesen. So, jetzt muss ich mich hier weg... ...ääh... ...muss ich hier weg. Schaberin... ...noo. ...nooo... 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 ...noooo... Oh, oh, ich häng' fest, ich häng' fest, oh fuck. Verdammt, verdammt. Lieg's dir gut, mein Freund. Aber ich will mal nicht einen auf Klugscheiße machen. Ich kann es ja auch nicht besser. Nein, Mann, oh nein! Das ist auf jeden Fall die hässlichste Fratze von allen. Diesen komischen hellen Augenbrauen. Nichts gegen helle Augenbrauen, ne? Es gibt garantiert auch Menschen, die mit hellen Augenbrauen super aussehen. Aber der Char sieht einfach beknackt aus. Ops. Ist aber ein bisschen doof, wenn man hier... Oh, jetzt sind meine Jungs. Ja. Hm. Okay. Er ist gestorben. Das heißt, da ist jemand, der nicht schießen kann. Oh. So sorry. Okay. Fuck. Fuck. Fuck, fuck. Das wär's gewesen. Da war er wieder, der Hässliche. Bist du da hinter der Kiste? Der hat nur wieder. Okay. Du hast die Wettbewerbe. Woah. Das ist ja gut, was ich hab. Ich hab nachissement gemacht. Ich hab nachgedacht. Der SPL ist ja gut. Der ist ja gut! Der ist ja gut. 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 Sehr schönes Ding. Das war gut gesetzt. Möchte ich mal. Aber, nee, nix, aber wir gewinnen ja sogar, wir verteidigen ja, Mensch. Bin ich gar nicht gewohnt hier, das klingt ganz gut. Ich höre Musik. Oh, in den Rücken. Das war eindeutig in den Rücken. Wo steht der denn hier? Vor der Werbung. Ah, glaubt das ein Win? Irgendwo. Müsst er doch. Gestanden haben, der Jung. Das ist mir was übrig. Zack. Zack. My Team won. Yeah. Seltsamerweise. Oh. Oh. Oh, Platz 4. Hier. Ah, also. Jetzt geht's los. Jetzt habe ich den Dreh raus. Nee, habe ich nicht. Wenn ihr die restlichen Matches von heute gesehen hättet, dann, äh, würdet ihr mich auslachen. Aber, ihr habt ja nur das Match gesehen. Jetzt kann ich mich schön so darstellen, als wäre ich der absolut krasseste Megatyp. Könnte ich zumindest versuchen. Glaubt mir zwar niemand, aber gut. So, das war's für heute. Wir sehen uns dann in den nächsten Tagen wieder. Hüssi!